Hey Leute und Damen und Willkommen zu einer neuen Folge AboGames, mit dabei ist hier der Nick3 und alles klar, es hat gerade ganz kurz geleckt, kann passieren auf jeden Fall. Ich bin eine richtige PvP-Ente geworden, aah! Scheiße, Mann. Und da bekommen wir dich jetzt gleich. Ja! Alter! Ich bin doch nicht so scheiße, wie ich dachte. Aber jetzt haue ich meine PvP-Skills raus und... Nein! Scheiße! Hast du viel Schaden bekommen? Ich habe gar keinen Schaden bekommen. Aber warte jetzt! Ja, Alter! Geil! Also Leute, ihr könnt euch natürlich auch in den Kommentaren bewerben für AboGames und ihr braucht natürlich ein gutes Mikrofon, was eben nicht rauscht. Also ich rate euch, dass ihr euch irgend so ein Headset kauft vom Aldi. Ist auf jeden Fall eine spitzen Qualität. Nein! Fuck! Ja! Geil! Aaaaaah! Gott, was ist mit meinem Aim los? Das gibt's doch nicht! Warte, irgendwas ist mit meinem Ping los? A17 MS, passt. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind, was zum ersten Mal Minecraft gespielt hat. Nein! Scheiße! Ich habe mich selber verbrannt! Nein! Scheiße! Nein, ich habe kein ADHS. Zumindest, wenn ich Minecraft spiele, dann schon. Die Aggressionen sind real. Ja! Alter! Mit einem halben März gewonnen! Fick dich! Ja! Damit war es dann auch schon mit der Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal!